Mist, ich hab keine Lampe dran, Alter. Doch, ich hab ne Lampe dran. Ist der Sniper? Wir müssen den Sniper ausscheißen. Ist das der scheiß Ritual, Space? Space! Stop! Steps mein ich. Der sprintet. Das ist Spieler. Sp... Spieler. So, naja, hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder so ein Sniper-Camper dort ist. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind bei ZB4. Oh, bei Outskirts sind wir. Ja, genau. An der Scaffieldive quasi. Die Scaffieldive ist hier rechts. Da wollen wir die Scaffieldive ausräuchern. Da wird noch keiner da sein, oder? Da bin ich auch nicht, aber wir können mal gucken. Ja. Boah, Alter, was hat denn der für ein Visier verbaut, Alter? Das ist ja... Der Hammer. Ist aber auch nichts zu lupen, ne? Hier drinnen. Das ist... Schau hin! Wow, 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 wow! Der ist hier gleich links. Ich bin drin in der Hütte. Wo ist der? Ich höre ihn noch schreien. Er war hier vorne am Felsen. Ist der tot, Matze? Ist noch einer? Ja, ich sehe ihn. Back, back, back. Oh, oh, oh. Ich sehe ihn als Minderungsfeuer. Hat mich hart erwischt. Hat er einen grünen Helm noch, oder bist du das? Also, ich renne jetzt rum. Ich habe einen grünen Pullerkuppenhelm auf, glaube ich. Beutel, du bist hier vor mir, ne? Ich liege. Du bist vor mir hier. Ja. Matze, wo bist du? Ich bin auf dem Weg zum Scaf. Ich bin hier hinten. Wo er geschossen hat. Ich bin bei Richtung ZBN 14. Okay. Habt ihr den Scaf abgeknallt? Nein. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt auf dem Weg da hinten schieße. Ja. Vielleicht kommen wir zu euch zurück. Dahinten hat es geknackt. Dahinten hat es geknackt. Dahinten hat es geknackt. Das ist mir nicht erheuer. Ich habe Schiss. Seid ihr noch an der Scaf hütter? Wo bist du Matze? Komm mal. Ich bin hier unten an den Felsen. Ah, ich sehe euch da oben. Bin links von euch. Links? Ja, hier unten in dem Graben. Alter, was ist denn mit dem Scaf los? Boah. Ich habe noch nicht gesehen. Oh, oh, oh. Da ist auch mal hinten ein Gebüsch. Bei ZBN 14 hinten muss das sein. Ich habe überhaupt kein Ziel. Ich auch nicht. Ich sehe ihn nicht. Warte. Ich renne mal wieder hier vorne. Ein Stück weiter vor. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo, wo, wo. Schwer zu sagen. Aber nicht. Ich sehe ihn nicht. Äh, schwer zu sagen. Hinterpelsen. Ich habe Feuer gesehen. Aber lasst mich am Leben, Jungs. Knallt mich nicht ab. Jetzt ist er tot. Okay. Also ich hoffe, es war der einzige. Genau dort, wo du hingehst, Matze. Okay. An den einen Baum ist der Typ. Gut. Willkommen. Ich habe keinen Ziel gehabt. Ich habe nur seine Glatze gesehen. Oh. Habe er es nicht gewohnt? Nee. ZBN 14? Mhm. Das ist der Typ. Ja, liegt doch. Wecksau. Ich loote den mal kurz. Also. Alter. Erschränkt mich doch nicht so. Gut. Na da. Knallt ihr euch wieder gegenseitig ab? Ich musste mal auf seinen Kopf zielen. Hast du auf Beutels? Nee, auf den. Ja. Beutels auch. So. Wo seid ihr? Beutels End. Wer rennt davon? Ich bin beim Bunker. Okay. Du bist das. Mist. Ich habe keine Lampe dran. Doch. Ich habe eine Lampe dran. Ich habe nur. Der Mann hat an alles gedacht. Ich mache hier auf. Okay. Bude. Bude ist auf. Was tut. Die trecks Bude. Ist das Leer. Oh hier liegt ein CMS. Warum? Warum lootest du nicht Benji? Ich habe geguckt ob da vorne noch was liegt. So. Was mal liegen da vorne. Der Paul ist da CMS König. Er findet immer CMS. Nee vorne hat es Benji gefunden. Und ich hatte ein K gefunden. Hier liegt der Wasserfilter. He he. Meiner. He 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 he. Schnell ihn ab. Schnell ihn ab. Schnell ihn ab. Knallt ihn ab, Alter. So, Martin, du bist draußen? Ich wollte ja was essen und trinken am Anfang. Das Rätsel hab ich ganz vergessen. Nee, ich bin noch hier unten. Ich bin hinten raus, ja. Stimmt, ich muss mal einen Schluck. Kann man denn vorne raus? Nee. Wie vorne? Ich bin hinter der Mauer. Bei Beute sagt er ist hinten raus. Ja, ich bin hinter der Mauer. Es wird halt die ganze Zeit geschossen vor der Mauer. Ah, ja. Ich hab keinen Bock, einmal... Entschuldigung, nicht schießen. Ja, das stimmt. Boah, wie den Kopf wieder am Stacheldraht hängen geblieben. Wie er es immer noch macht. Der Feinspitz. Wisst du, was mich bei den Behesters, zähl mal. Schraut? Schraut? Nervt? Der stellt immer sein Autofeuer. Singel, Auto, Singel, Auto. Ich hab da letztens auch so einen Streamer gesehen. Und er kriegt die Krise. Ja, ich mag den sowieso nicht so irgendwie. Ich find den weder unterhaltsam, noch irgendwie... Ich hab mal gesehen, oder einen Videotitel gelesen von ihm, wie er sich freut, dass er hier 27 Skefs abgeknallt hat. Mhm. Auf Customs. Ja, ich find den langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Er mag zwar schießen können, aber irgendwie... Nee, das kannst du dir ordentlich vernieren. Ich kann mir den nicht angucken. Ich find's langweilig. Ganz ehrlich. Bestilli ist da mir tausendmal lieber. Der kleine Koala-Bär. Der kleine Knurrflecker. Ich hab gerade... Ich bin jetzt gerade irgendwie gar nicht recht bei der Sache. Du bist gerade eher beim Pest-Tiddy. Ja. Nee, den find ich gut. Ja, wir müssen erstmal die Sniper ausschalten. Welche Sniper? Ja, hier. Wir müssen Sniper ausscheißen. Na, hier sind doch überall irgendwelche Kunden, die hier schon wieder campen. Na, die findest du doch nicht. Die hängen in irgendeinem Büsch, Alter. Schreift's? Also aus Richtung Checkpoint. Ich bin zurückgegangen. Ich muttern. Oder seid ihr weiter? Wir sind hier... Ich seh gar nicht. Ich häng hier an. Ich hab den Blecken hören. Wo bist denn du, Benji? Am Checkpoint. Na, ich auch. Ich auch. Also ich... Ich steh hinterm Baum. Ich seh niemanden. Dass der hier auch hinterm Baum steht. Ich. Ich geh mal vor. Benji, du bist vorne. Ich bin direkt am Scheffton hier auf Holz. Das ist die Wurzel hier. Klingt ja übel. Wo ist denn der Scheiß? Es... Geht mir jedes Mal auf den Sack. Oder wenn dann hier auf so ein Baumwurzel... Vor allen Dingen, es klingt hohl. Hier war ein Scheffton. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre. Was? Ja, da rennen wir gleich mal rüber. Dann sind die bestimmt dort hier an diesem... Warst du in dem Container mal drin, Benji? ...Ritualplatz. Ich trau mich noch nicht. Ich mach erst mal die Türe öff. Geh in den Container. Ja. Wie? Oh, ich hör ihn auch. Ich hör ihn auch. Ich hab ihn gehört. Ah, da ist er! Wie die Geier! Ja. Er hat's ins Gras gebissen. Hier. Ich renne nach rüber. Ne, ich brauch hier... Auf Wutz brauch ich keine mehr. Ich brauch auf Custom Scaffs. Gut, gut. Ja, ich brauch auf Wutz eigentlich Scaffs. Aber ich hab jetzt nicht die passende Ausrüstung an. Was wäre denn die passende Ausrüstung? Ne, rosa Schlüpfer? Unter... rosa Schlüpfer, ja. Space! Ich hätte ja noch verstanden, wenn ich sagte Space oder sowas. Space. Das ist Mr. Spaceman, Junge. Also nicht umschießen. Ihr seid am Ritual Space. Ich bin am Ritual Space. Okay. Ich will mal kurz hier... Oh, jetzt hab ich auch noch Euro gefunden. Was ist denn hier? Ich häng nicht mal... Was brauchst du Beutel? Brauchst du früher oder später brauchst du die? Ja. Oh, der fließt. Wir nicht, wir nicht. Oh, das war ich mit der Scheibe. Das war aber nein mit dem Schießen, ne? Ich will mal kurz nachladen. Wo seid denn ihr? Ich häng hier am Gebüsch wie immer und platt nach. Okay. Was meinst du mit Scheibe? Was für eine Scheibe? Ich bin immer noch in dem Container und hab aus Versehen mit meinem Lauf die Scheibe berührt und dabei ist sie eingefallen. Das haben wir ja nicht gehört. Ich dachte, du bist schon bei uns. Wo seid denn ihr? Am Ritual Space. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Ich werfe ihn ein. Dann hast du jetzt ein Problem Beutel. Wir können es dir auch nicht erklären. Das ist nämlich der Ritual Space. Du musst über die Straße drüber rennen. Richtung da, wo wir den Scaife erschossen hatten. Da er jetzt im Wald angequickt kam. Hier wird aber übelst hart geschossen Leute. Wir sind schon viel weiter wie du vorne. Also wir sterben zuerst. Ne, aber der Schuss kam von Dienst. Okay, ich komme. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich sehe dich. Hier bin ich. Benji. Ah, da bist du. Hallo. Mr. Spiceman. Ach, hier ist ein Ritualplatz. Alles klar. Gibt es manchmal Bitcoin abzustauben. Okay. Echt? Ja, hab ich schon gefunden. Mehrfach. Okay. Ich habe... Er reibt sich. Er reibt sich. Ich glaube noch nie. Er reibt sich. Ich habe glaube noch nie einen Bitcoin gefunden. So einen GP-Coin ja. Aber einen Bitcoin habe ich noch nicht. Wartet mal Leute. Ey. Benji brechen wir nicht so vor. Ich höre irgendwas. Mit Warten ist immer irgendwie schlecht. Gerade. Wenn wir hier... Ist halt ein Zielfahrtenkreuz. Äh, eine Zielfahrten. Zielfahrtenkreuz. Also du meinst Stürmen. Nee. Die Container sind aber auf der anderen Seite. Oder was? Ja. 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 Da sitzt wieder so ein Camper auf der linken Seite. Boah, weißt du das? Ja, weil ich es gehört habe. Oh, Sturmmann. Alter. Das ist ein Boss. Wer braucht den? Ich? Dann hol den. Ja, du wohl nicht? Ja, doch auch. Aber... Da oben ist... Hinterm Holz... Wo war denn der? Benji? Ich bin... Ja, ich mach nichts. Wo war denn der? Weiß ich nicht. Achso. Hinterm Holzhaufen oben. Hinterm Holzhaufen. Matze, Matze. Kommen wir hier... Kommen wir hier ein Stück rechts. Da ist einer. Das war auf jeden Fall ein Spieler. Okay. Und hinterm... Oh. Der sprintet. Stopp. Steps meine ich. Der sprintet. Das ist Spieler. Das ist B. Ein dummes Gequatsch, Alter. Da ist auch einer oben am Holzhaufen. Okay. Der sieht mich. Ey, gibt es mehrere Holzhaufen heute. Der liegt in dem Gebüsch direkt vorm... Ja. Ziehst du den, Matze? Wahrscheinlich nicht, ne? Berg hoch meinst du, ne? Also... Da hat den Holzhaufen. Ach, da hinten. Achso. Oder was meinst du? Er bewegt sich. Leg den Holzhaufen mein ich nicht. Hier rennt jemand. Hier ist einer links von uns. Alter. In was von einer beschissenen Situation sind wir jetzt hier schon wieder zu dritt. Ihr seid in der Scheiß und Bude drinnen, ne? Ich seh den Typen da oben. Ja. Alter. Mach doch mal tot. Ist er noch da, Beutel? Der liegt dort irgendwo in dem Gebüsch. Immer noch. Ich seh ihn nicht. Mein Skop ist halt so schlecht. Ich seh dort immer nur... Aber hinter uns ist doch ein Typ, oder? Hinter uns ist auch ein Typ. Hinter uns ist auch ein Typ. Jawoll. Sind das Spieler, oder? Ganz oben am Berg, hinter dem Holzhaufen ist gerade auch noch einer gerannt. Ja, es sind mehrere Holzhaufen. Ich hab ja rechts auch einen Holzhaufen. Den willst du nicht. Da ist ein gelber LKW. Ey, was? Wieso wechselt er denn immer nur, Alter? Benji, ich weiß nicht wo du bist. Warte mal. Ich bin links neben dir, Beutel. Links? Der hier. Links vor dir. Links vor dir. Links vor dir. Nein. Warte. So, hier bin ich. Ja, dort oben. Dort oben. Dort oben. Wo du gerade hingekommen hast. Da ist immer noch ein Holzhaufen, deswegen bin ich... Ah, ok. Aber wo ist jetzt der Typ hinter uns? Der ist noch hinter uns. Schlecht, ne? Wir sitzen hier in ner Scheißsituation. Ich geh mal vor. Benji, bewegst du dich? Ja, ich geh mal vor. Also zum... Da oben, oben, oben. Hinter dem Holzhaufen. Hast du das gesehen, Matze? Ja, am Felsen lief einer. Ja, ja. Bin auf der Holzkiste. Oh du Quere! Scaf, Scaf. Du Dings. Halt doch. Das hier, neben mir. Hast du tot? So ein Trottel. So ein Trottel. Dumm war Scaf. Du dumm... Was war das? Ich bin gesprungen kurz. Achso. Ok, ich dachte... Ich dachte wieder sie kommt jetzt hier reingesprungen. Sie kommen alle angesprungen, Junge. Wie Spidermans. Bestilli. Willers. Alle kommen hier reingesprungen. Und killen uns im Nullkomman nichts. Was haben wir denn überhaupt für Ausgänge? Na so einiges. Ich glaube ich hat gar nichts. Tja, wo ist denn der Typ hinter uns? Hat er sich verpisst? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Der wartet nur auf dem richtigen Zeitpunkt. Ich bin jetzt hier vorne, ne? Mhm. Ja, das war ich. Hat jemand sein Magazin gewechselt oder? Bescheid zu sagen. Gibt Prüft. Spott mal. Ne, ist doch nicht so schlimm. Hm. Naja. Nützt ja nix. Einer muss ja vor, ne? Die Container sind da drüben, oder? Wo sind denn die grad? Ich seh sie gar nicht. Geh raus. Oh. Scharfschützer. Ja. Ah, ich bin getroffen. Der ist genau da drüben, wo du hin musst, Beutel. Hä? Oh, ich bin tot, Alter. Leck mich doch am Arsch. Wo standst du denn? Mann. Dieser Hurensohn. Hinter so einer Säge, oder was das da war. Hm. Mist, Alter. Leck mich doch. Ich geh einen rauchen. Ist klar. Bewege... Bewegst du dich? Ja. Ich versuch mal Mats, sein Zeug zu schnappen. Nee. Dann machen wir ja Dreck, oder? Aber wo hat denn der geschossen? Weiß ich nicht. Ja. 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 Ja.